Wo warst du jetzt? Ja, fragst du? Weil das so aus ist, als wärst du gerade auf. Guck mal. Oh mein Gott, nee, oder? Das wär's jetzt gewesen, Fassel. Jeff, mach ihn, Jeff, mach ihn, Jeff, mach ihn, Jeff. So, uh! Nice, Bro. Heißen, der Kick auf dem Sonntag. Geil. Richtig. Obst du, schnell eins machen, weißt du? Ja, ja, warte, hast du recht. Mein Name ist Peter Kamari und ihr schaut einfach Fußball. So Leute, erst mal guten Morgen. Ich muss ganz ehrlich zu euch sein, ich hab ein bisschen verschlafen. Wir müssen uns jetzt beeilen, weil ich bin sehr spät dran. Schnell was essen, dann zum Dealer-Spielen. Eine Sache, eine Sache mach ich vorm Spiel, ich nehme so Nahrungsergänzungsmittel. Das mach ich einfach, damit ich mich gut fühle. Damit mein Körper auch wirklich so auf einem guten Niveau ist, sag ich jetzt mal. Ich muss eigentlich schon längst los. Ja, ich frühstücke erst mal. Guten Appetit. Tasche packen. Das muss jetzt auch schnell gehen. Ich nehme nur das Nötigste mit. Wenn ich im Stadion bin, merke ich immer wieder, es muss wirklich ein Privileg sein für jeden Fußballer. Die verdienen so einen Haufen Kohle und haben einfach Spaß. Es ist wirklich so ein Traum-Ding. Aber das realisierst du erst wirklich, wenn du es gar nicht mehr professionell machst. Also ich bin ja wirklich, mein Buch war gewesen, wirklich Fußball zu spielen. Vier- oder fünfmal die Woche nur zum Fußball zu gehen, damit mein Geld zu verdienen. War schon cool gewesen. Aber ich habe mich halt wie gesagt zweimal schwer verletzt. Und Schicksal wollte das irgendwie nicht. Und Gott sei Dank, so wie es jetzt läuft, ich bin sehr zufrieden. Bei Lilay ist ja ein komplett anderes Feeling, ne? Komplett, Bro. Es ist ja wirklich Spaß. Einfach nur Laune. Einfach nur zusammen zocken mit Freunden. Ich glaube aber, in fünf bis sechs Jahren sieht es anders aus. Und ich sage hier und jetzt, Eli, ich weiß ganz genau, dass du viel vorhast mit Lilay. Ich bin nicht blöd. Du willst sehr, sehr weit hoch. Ich weiß es. Maybe, maybe mich dann auch einstellen in den Vorstand. Weil von Anfang an dabei und zweitbester Scorer. Ja, sorry. Wir sind so spät. Ich mag schon Schuhe, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe jetzt so hier meine Lieblingsschuhe, also hier so vorne stehen. Die sind so meine, ja, die Schuhe, die ich halt mag. Also ich habe noch ein paar mehr, aber vorne sind immer nur so die, die ich aktuell immer trage oder die mir wichtig sind. Let's go. Ich bin wirklich mega spät dran, deshalb. Jalla, 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 jalla. Ich bin Tambi, 10 Uhr 28. Ich will jetzt nicht sagen, es ist in Ordnung, weil Pünktlichkeit gehört im Leben dazu. Ist ganz, ganz wichtig. Disziplin ist wichtig. Aber jetzt, ja, Kreisliga ist jetzt so ein bisschen... Ich will jetzt nicht schlecht reden, aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Ich sage, ich kriege jetzt einen Spruch gedrückt. Ich bin gar nicht so viel aufgehört. Ich bin gar nicht so viel aufgehört, ich bin gar nicht so viel aufgehört. Ich habe wirklich nicht viel getrunken. Wo warst du jetzt? Ich fragst du. Weil das so aussieht, als wärst du gerade auf. Guck mal, seht ihr? Sag ich doch. Da kommen dann die ersten Sprüche. 21, can you do something for me? 21, can you do something for me? 21, can you do something for me? Draw some bars to my pussy eggs for me? 21, can you do something for me? Oh mein Gott, nee, oder? Oh, ich hab den Schuh vergessen. Das wär's jetzt gewesen, Frotte. Das wär's jetzt gewesen, Frotte. Andi, mein Coach, Cheftrainer Delay Sports. Stark, Achtung! Das ist unser Heimplatz hier. Hier zocken wir später. Ja, da machen wir uns jetzt raus. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Colme, dann zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch hört auf nochmal, sicher geht, was ich will. Jeff, mach ihn, Jeff, mach ihn, Jeff, mach ihn, Jeff. Gut so, uh, nice, Bro. Ich würde linkes Mittelfeld, würde ich Bilo jetzt anfangen. Rechtes Mittelfeld, Jeff. Aber unterschätzt ihn trotzdem nicht. Genau. Wir haben 2-0 gewonnen, verloren nur gegen Grunewald. Gegen den Gegner gleich fokussiert zu Werke gehen. Die werden tief stehen, die werden hinten drin stehen, so wie es alle Gegner gegen uns machen. Aber ordentlich das Ding ausspielen und schnell zum Torausschluss kommen. Wir warten ja gleich alle zusammen. Rasen ist ein bisschen in Kacke, aber kreisiger Kick auf den Sonntag. Geil! Alles gut, Bruder, es ist eine Katastrophe hier. Ey, Jungs, jede Annahme ist schwer, ich schwöre. Wirklich jede. Ist kein Problem. Also, passiert. Weg, 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 weg. Lass den Ball laufen. Ach, kurz hast du. Klub rein. Ja, gut, Eli! Eli, bravo Eli! Bravo Eli! Sehr gut gespielt, Eli, geil. Eli, weiter. Ich gucke den ganzen Händen. Danke, Eli. Danke, Armin. Alles gut, Bruder. Oh, ey, Mann. Der geht besser, ja. Weiter, weiter, weiter! Tibor, Tibor! Ja, Alex, bleib in der Mitte, bleib in der Mitte. Leo, Leo. Ein weiter, nur ein weiter. Doch wir laufen nur mal sicher gehen, dass ich für immer lebe. Lass uns noch mal aufdrehen. Und wenn ich geh, denn so wie ich gekommen bin. Richtig. Richtig. Ich mach doch. Richtig. Obst du schnell eins machen, weißt du? Sehr gut. Ja, ja, Wallah, hast recht. Bleib vorwärts! Bleib vorwärts! Bruder, warum? Egal, ja. Scheiße, erster Halbzeit. Fühlt trotzdem 3-0 positiv raus, den weitermachen. Auf dem Rasen dürfen wir nicht ins Dribbling gehen. Das macht einfach keinen Sinn. Der Ball verspringt uns. Das Spiel ging los und das geht gar nichts. Also die erste Zeit war ja, ich glaube, die haben vor uns das erste Mal aufs Tor geschossen. Und das ist ja jetzt nicht so, kann mir jetzt keiner von euch erzählen, dass die wirklich was können. Ich sag euch immer wieder, wenn ihr pressen wollt gegen so eine Gegend, wenn ihr pressen wollt, wenn ihr gegen die pressen wollt, wird die sofort dabei, weil die ganz schlecht sind. Aber wir müssen es ja jetzt Mannschaft machen. Positive Stimmung, einfach mit Körpersprache und Spaß an der Sache. Das fehlt halt heute nur ein bisschen. Da mussten wir jetzt schon nicht kommen, Jungs. Lass uns jetzt rausgehen. Ja, war nicht gut. Platz ist zwar auch Katastrophe, aber wir machen es nicht gut. Gegen so einen Gegner musst du vorne komplett drauf. Aber mein Oberschenkel macht zu. Also ich guck mal, wie lange es noch geht. Ja, aber rechtzeitig. Ja, ich will mich auch nicht verletzen. Ich guck mal. Kann sein, dass ich auch noch 5 Minuten Bescheid sage. Bleib vorne, Luca. Luca, fertig. So ein Dreckspieler. Dreckspieler. Also mein Oberschenkel ist komplett zu. Und bevor jetzt irgendwas passiert hat, dachte ich, ich lass mich rausnehmen. Und bevor jetzt irgendwas passiert hat, dachte ich, ich lass mich rausnehmen. Ich hab jeden Stream voll. Das ist... Nee, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Der labert jeden Tag. Den nächsten Freistoß nehme ich mich mit. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann bin ich mal gespannt. Dann bin ich mal gespannt. Oh, sorry. Was ist das? Sieg oder was? 4-5-0? Alles nur ruhig. Was denn, Alter? Meist du mal ein Bierchen oder was? Normalerweise Air-Kapitän. Das Einzige, was ich heute erkannt habe, ist, dass das nicht läuft. Bei dir ist die Mannschaft komplett auseinandergefallen. Zu leise. Die Trainer sagten, da hast du auch Spaß. So fällt es mir in meinen Rücken. Maschallah, mein Bruderherz. Was war los? Du hast uns ausgewechselt. Vorsicht, Maßnahme. Vorsicht, Maßnahme. Für was? Für was? Englische Woche. Bravo, bravo, bravo. Nee, Bruder, ich hab die Oberschenkel richtig zu, ja? Und Anfang, zweite Halbzeit. Ja, fast. Ey, Bruder, also was er heute... Ja, heute, aber ich bin eigentlich bis zu Abend. Digga, heute warst du am Limit. So, Leute, bevor ich mich verabschiede, direkt erstmal liken, abonnieren. Lasst einen Kommentar da, Leute. Lasst Liebe da. Da steckt viel Arbeit dahinter. Jetzt habt ihr mal ein bisschen den Spieltag gesehen, wie es in der Kreisliga abläuft bei Delay Sports. Halt alles ein bisschen lockerer. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr ein bisschen meine Welt gesehen, die Einblicke von mir. Und ja, bis zum nächsten Mal. Lasst Liebe da.